Das ist Fritz. Er war gestern mit Anton auf einer Party. Heute findet er auf dessen Facebook-Seite ein Foto von sich. Dieses Foto gefällt ihm nicht. Es ist ihm peinlich. Also möchte er, dass Anton es wieder löscht. Kann er das verlangen? Ja, kann er. Denn laut Kunsturheberrecht ist eine Einwilligung bei erkennbaren Personen erforderlich. Wäre Fritz eine Person von öffentlichem Interesse, wie zum Beispiel ein König oder die Bundeskanzlerin, ein Erfinder oder ein Sportler, entfällt eine Eigenwilligungspflicht für den Veröffentlicher. Auch wenn Fritz im Urlaub ist und aus Versehen in ein Foto läuft, hat er kein Mitbestimmungsrecht an dem Bild. Selbst dann nicht, wenn Fritz als Teilnehmer einer öffentlichen Versammlung fotografiert wird. Das peinliche Partyfoto kann Fritz also löschen lassen. Und auch die nette Susi kann das Gruppenfoto löschen lassen. Denn zurechnungsfähig war sie offensichtlich nicht mehr. ... ... ... ...